Im Landkreis Heidekreis spalten sich immer noch die Meinungen über den Nutzen des Designer-Outlets in Soltau. Die kleinen Händler in der Innenstadt verlieren Kunden, während der Konsumtempel an der A7 profitiert. Der Bürgermeister bewertet die Entwicklung trotzdem positiv. Es seien mehr als 400 neue Arbeitsplätze entstanden. Das Outlet ist seiner Meinung nach zudem ein Anziehungspunkt für die Innenstadt. Der Bürgermeister ist zuversichtlich, mit Hilfe aktueller Investitionen in den Marktplatz, das Spielemuseum und weiteren Attraktionen noch mehr Besucher in die Innenstadt zu locken.